Tobi Tobi Ja So Leute nur zwei Doch Hi Denn heute gibt es einen langen Part Denn es ist zwanzigste Ich werde ihn jetzt pappel zu lang machen wie normal Und ja Viel Spaß Bye-bye Klack Das schießt aber lange nicht wieder ab 0-2 also ne Das will nicht einfach noch Aber es schaffe ich mich nicht Und irgendwie kommt Wieso kann eigentlich nicht mal die Gegner der ersten Halten Anstoß haben? Ist echt viel besser Finde ich jetzt Was ist denn das für einer? Die schießen alle ab und dann fallen sich immer die Tore nach der Ecke Abseits Das ist echt langweilig Das ist echt langweilig Tobi 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 Ja der ist gut Der krankert Tobi Tobi Ja Baaaaaah! Also der ist gut in der Nachricht. Baaaaaah! Sambi! Guck mal hier! Ich älte was während bei der Sonne. Irgendwann muss der Zitter vielleicht auch mal was essen. Das mag ich heute. Ouskiefer. Ouskiefer. Sterla. Zoom. Clark. Und Clark über den geht auch viel. Boah, ernsthaft? Alles so schnell als klar. Wieso? Versteht's nicht. So schnell ist er jetzt nicht. Sie ist doch ein Spieler, der gleich aufgetauscht wird. Der Scala ist eigentlich ganz gut für seine... Stärke. Stärke. Ich meine, der ist irgendwie... Stärke 63, aber eigentlich ist er echt gut. Ich glaube jetzt nochmal. Und Sambi. 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 Toll! Ich fau zu den Sambi in das Geburt. Komm, Mari. Der ist ein schlechter Fleisch. Sambi. Sehr schön. Aber leider schon gehalten. Clack. Ecke. Ja, schieß einfach vor! Ecke! Was? Wieso? Weshalb? Wer nicht fragt, klappt nicht mehr. Wieso nicht? Du hast kein Tor. Ist eigentlich, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, das hat mich so geschmeckt. Ginges Bein und der Schiedsrichter dahinter, sie soll das so sehen. Ich bin bald, weil ich von hier warm und... ja, natürlich. Ach so. Ich bin ja ein altes zu da. Zum Erdress nicht in der Spiele. Das ist nur genau so nach wie es richtig ist und wie mein echtes Aufmerksamkeit ist. Komm, nur zweifelig kürzen! Ich seh schon, wie Mauszeiger hier auch spielen wiederholen dich. Oder auch Revanche. Leuchtet los! Ja, Leuchtet los! Wow, Alter! Und klack! Torn! Offensiv! Komm! Und mach das Ding rein! So lang! Läuft da keiner hin! Und der Lack ist aus! Schämlich! Was sagen die jetzt? Oh, die kann was! Und jetzt zeigt er uns jetzt! Wow! Guter Schuss von da hinten! Das war super! Alles tobert! Komm noch mal! Seht's anspielbar! Ja! Oh, die Zähler! Ja, du musst in die Zähler! Ja, ist drin! Toil der Kiefer! Die Zähler! ... Torn! Lig. Das ist... Lass doch noch 5 Uhr weiter spielen. Wieso? Das Spiel wiederholen. Ich hätte auch lieber gewonnen. Das Spiel wiederholen. 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 Soll ich mal sagen. Oh Gott, der Keeper schießt nach vorne. Der Kamehameha Keeper ist das hier. Komm nicht an den Ball. Komm jetzt, der schlägt nach vorne. Ich bin so überlaufen, bitte alle. Und den kannst du locker. Super, die war gut ausgeprägt, die Stimme. Ah ne, jetzt ätter ich. Ja, gut, Nettie. Nettie, Potter. Komm, geh doch ins kurste Eck. Ja, Keeper. Mach mir Angst für deine Sachen, die du da machst. Und der nächste. Und der nächste vom nächsten auch noch. Sorry. Ich bin so gut. Und manchmal sind die Pflanzenpflanzenpflanzen. Auch schwer ist gar nichts. Ich fühle sich einfach rein und das passt dann. Ich bin nicht so gut, schlau, ich sehe. Ich kann es auf den Mikrofon. Ich kann es auf den Mikrofon. Ich habe einen Schauspiel gemacht, aber ich habe einen Schauspiel gemacht. noch einmal aus der drehung schuss und der hält ihn leide und auch eine ecke und nur wieder ein Tor aber ein eigenes Tor ja hast du den Frühstück nicht aufgegessen sonst wäre es nicht so schlecht in Ordnung Na schauen wir mal ok nun halt und ja Fliege ich mir das Tor 2 auf 1 Streich gut Ja, und jetzt schalte ich nicht, wie kommt der Ton an. Spieleinstellungen. Oh, die Kamera höh. Die Audioinstellungen. Und ich glaube nicht, dass sich dafür dann ändert, dass ihr nach Zeit klingt. So, ich laber sie weiter. Das ist lustig, wie sie immer erst reden. Und klar, es ist der Armpel, der zweieinhalb hat. Und dann ist die Faschen und sind vorgefallen worden. Ich rede eigentlich schon mal neu. Musste er gewinnen. Darf ich verbreiten, auch lustig ist manchmal. Da schalte ich die Balle bis jetzt die Statistik so. Sehen wir es da. Dann kurz bevor sie weg geht. Und hier seht ihr die Balle, das ist Statistik. Aber wirklich, sie fangen an zu reden und dann ist sie schon weg. Also... Es ist einfach so... Ähm... Es war viel zu langsam programmiert, viel zu spät. Und du ruhig jetzt komm. Geh dich mal wieder. So, jetzt kann er sich im Prinzip ein bisschen auslösen. Du bist genug frei. Nochmal frei. So, in Balle sind sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste passen. Uuuuuhhhhhh. Danke. Oh nein, das gibt's doch nicht! 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 Na, das war die Lüge. Wir werden noch mal in der Wiederholung. Also, das sollte, weil er vermutlich selbst nicht schönes Eindeutige sein. Mit der Helden, Mann, kann man sagen, genau. Oh, Gott, 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 Gott. Gott, ich hab mich abgeschrieben, so. Oh, schon. Mit der Helden, Mann, kann man sagen, genau. Oh, wie geil, wie geil. Mal angucken, so. Vorbei, an der Schiene von ihm, an... Ne, an das Knie, oder? An was von ihm? Also, an das Knie von ihm. An die Kniekehle von ihm und an den Kopf und an den Innenpfosten und ins Tor. Ich fühle mich jetzt sehr schön! Ein eigentlich tolles Schwimmeltraut! So war die Fans gleich mit der Beifall da! Die Einde, oder? Wait... Sandi! Sandi, 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 Sandi... die rolli tore zu machen wird die das schon noch mal geht jetzt leider ist es nicht die aufgabe das ist das nicht das ist sandi das ist sandi und sandi schießt kommt Ah, tschüss. Ah, das war's noch schwierig. Und der fang halt super. Und der fang halt gleich wieder weg. Oh, das schmeckt da. Na, doch so. Ja, und jetzt gibt's nur noch eine Richtung nach Borde. Und dann, was hat jetzt? Ich glaub schon. Na, was hat jetzt? Ich glaub schon. Und, na, da kümung kommt. Und HCB hat. Ich brauche nur, dass ich was. Der war doch mal bei. Äh, was noch kommt? Hä? Wie ist der gesprungen, bitte? Der ist in den Loop. Was haben Sie noch am Boden? Bitte. Na ja, vielleicht können wir die im Parlament. Made in Japan. Und der Ball war made in Nummer 7. Mh, ach, keine Ahnung. Yeah, yeah, yeah. Larry... Marys Vater macht alle Werte. Oh! Ich bin so gut nehm. Ich bin so gut nehm. Ich bin so gut nehm. Oh, er geht voll im Kopf rein. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und der hätte ja den verletzen können. Guck mal nochmal alles an. Ich schaue den Ball an. Ich bin Kamihamiha, nein, ich bin Kamina. Und ich sehe die Latte. Wunderschön. So weit. Und hopp. So. Alter, der hat den Ball. Und er mit dem Fuß geht noch voll in den Kopf. Durch den Kopf. Bam. Und er hat so gut den Ball. Aber was ist denn so für ein Akroner? War ich denn das auch? War leider kein Fall. Äh, war so gut kein Fall. Äh, nein, war leider kein Fall. War eigentlich ein Tor. So. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss doch das Anschluss-Tore her. Es gibt Eckball. Ja. Ja. Na, hab ich zehnhaft. Oh, der passt so schnell. Ja, jetzt könnte ich was entwickeln. Das wäre ein Fall für Sandi gewesen. Der kann mir doch noch. Sandi war echt ein guter Kauf. Boah. Also ein guter Team, da ist noch. Vielhölzes ist nach Trogen. Aber nein. Ein guter, fairer Fußball-Sieg. Jetzt warten Sie in der Mitte auf seine Reingabe. Boah, ihr zwei, die beide so auf einen drauf gehen. Und dann spielt das auch 4 zu 0. Wenn wir ehrlich sind, die da nicht mehr Antes mehr geht nicht, dass wir mal uns geräuschlich. Diesen Sieg verdanken Sie nicht zuletzt ihren guten Schlussmann, der hier keinen Gegentreffer zu gelangen. So, für heute war's das. Hä? so ein feld gewinne und erzielen mir nichts aufs ab welche holen mit heute habe ich brauche aber immer nicht weil sie übersteht der erzielt drei toren ich habe ja eigentlich nur ein ich habe euch nur zwei erzielt weil die anderen beiden haben die eigene toren deswegen und gold ist ja gewinne mit drei toren vorsprung also nicht gold aber nicht selber aber gut da kann ich auch nicht überstehen kürzlich oder doch die an aber wenn gold kann man und er muss weg war die Kräuter war ein gut, ein gut na 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 fliegt er so war die Fehler zu beleidigen aber egal so war die Fehler zu beleidigen aber Endo ist jetzt so jetzt die Welt war 64 und gold, gold, gold aber kein Reef mehr als es ewig jetzt ja 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 wir machen mit Algeria das hat viele Tore mit drei verschiedene Spieler mit 2 Tore, mit c, 2 verschiedene Ah die Jahre zwei Tore mit zwei Spielern und erzieht drei Tore mit drei verschiedenen Spielern und je bin er gegen an der Erde Naja Vergehen das glaube ich nicht der Team of the winning all day Ach, keine Ahnung End du, der Neue Der hat's drauf, der hat's drauf, der hat's drauf Alter, der ist Ey, Paul Paul ist der Neue, was ist denn für einer? Ja, wirklich Gelb Und End du, macht gleich was Wow Endo, und vor der Tuch Alter, wie geil gehalten von dem Bauern Hier ist die Ecke, komm Das war nicht schlecht Der hat alles mit Tor aus Ecke Das kommt viel Das ist mit dem Anlauf für den Schuss Und das Tor Akrobatisch Hat mir lange schwer Hui, hui, hui Ohne Dein Du hälst jetzt gar nicht Du hälst jetzt gar nicht Du hälst jetzt gut aus Fliegt nur, kann das sein Wenn du den Eckball nicht reinbringen besser kann man's nicht machen Das war klasse Und das ist mein Geheimdruck, soll ich schon sagen Also wenn Ecke gibt es und ich passe und der Ball zugegenkommt dann muss man das so abschließen und geht's nicht zu dritt mal auch eigentlich zu dritt mal auch Also ja Er geht Und er sich in den 2 reich hat und schon hat er den Ball Ja, das war ein krasser Topfball Und daraus könnt ihr es erst erst entwickeln Ah, ein Topfball Der hat den Ball drin gesehen und zurück die Fingerspitzen noch nach zwischen Er ist seine Chance Und das war ein wunderbarer Verfreiungsschlag hinten aus der Weitem Wechtreck wie sie umziehen genau vor zu nehmen für schweiler 15 und bakar ja auch immer eine Schwager weiß ich nicht wieder schaut mal im Super und er hat der Super rausgeholt Andreas Gerla Na Tom, irgendwas stimmt mir nicht, dass wir heute nicht. Nee, die weiß ich gut. Das wäre echt ein Spieler. Mach ich bitte von Algerien. Ich meine, sind die echt gut? Die waren zwar bei der WM dabei, aber sind die echt gut? Ich glaube, eigentlich ist das so. So, das gibt Eckwahl, das gibt eine Möglichkeit. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Geh bald. Was ist denn hier? Gut, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Äh, hallo? Alter, der haut den nach voll drauf. Was ist denn das für Asi? Was ist denn? Nur mal gucken, nur mal. Der passt doch, Absatz. Was weiß ich immer noch. Kein Absatz. Was? Nee, war's nicht. Oder auch der. Naja. Der wütter sich ja. Der wütter sich ja. Und das hat er kundlich im Training geübten Einfluss. Freistoß, sagt der Schiedsrichter, denn die Aktion galt nur dem Mann. Er wütter sich ja noch, was er nicht gut schiefst. Ich hoffe es nicht. Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Kann man ganz einfach probieren. Oh, ich danke. Mit den Fingerspitzen näht der da noch irgendwie an den Ball gefahren. Eckwahl für Algerien. Dann zieht sich ja noch mal ein Schenke. Und du jährst mit dem Ball. Gut. ccann, du kommst die Ball in die Schaden. Komm los. Jetzt muss der Ball kommen. Let's. Schön ausgespiegelt. Jetzt entziehen die kleine Spielstation. Also. Variant. Das war nicht so groß. Alter. 3x3 von 9. Wie er den noch gehalten hat. Und ich glaube, an dieser Elfmeter Entscheidung müssen wir nicht mehr deutlich machen. Was für Elfmeter? Hoffentlich. Hör mir, Hör mir. Pau, Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau, Pau! Na, schau mal! Pau, Pau, Pau! Ne, ich will einfach mal Geld machen. Pau, 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 Pau! Pau, Pau! Und in Brasilien liegt sie ganz gut mit der Runde.